Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian vom Technik Loft und herzlich willkommen zu diesem Testbericht. Heute dreht sich nochmal alles um das Carpe Ride System mit Android Auto und Apple CarPlay Support. Hashtag Transparenz, dieses Gerät habe ich von meinem eigenen Geld gekauft, habe keinerlei Verbindung zu dem Hersteller und habe für dieses Video kein Geld bekommen. Ich muss allerdings auch direkt vorweg sagen, dass ich das Gerät nach diesem Video einpacken werde und zurückschicken werde, denn für mich ist es im Endeffekt nicht die richtige Lösung und da möchte ich auch ganz transparent mit euch sein. Ich hoffe aber trotzdem, dass dieses Video hilfreich für euch ist, denn es gibt bisher nicht wirklich viele Videos über das System und ich hoffe euch heute so ein paar Vor- und Nachteile aufzuzeigen, womit ihr dann auch eine bessere Entscheidung treffen könnt, ob das das richtige Gerät für euch ist oder eben auch nicht, wie es in meinem Fall ist. So, aber jetzt schauen wir uns das Gerät hier nochmal ein bisschen näher an. Und das ist ein Gerät mit einem 7 Zoll Display, die Auflösung beträgt glaube ich 1280x800, also ist jetzt nicht extrem hoch, reicht aber eigentlich für so ein Gerät aus und das ist das Hauptinterface, was man allerdings relativ wenig im Alltag, sage ich mal, benutzt, wenn man das Gerät halt kauft, um Android Auto oder Apple CarPlay hauptsächlich zu nutzen. Hier sieht man auch schon einen Nachteil, ich habe hier drei Kabel runterführen, einmal ein Stromkabel, einmal ein Lightning-Kabel und ein USB-C-Kabel. Finde ich nicht so schön und das ist auch ein Punkt, warum ich das Gerät zurückschicken werde. Mir ist das zu viel Kabelsalat, vor allem auch, wenn man jetzt noch eine andere Audio-Lösung braucht. Darauf gehe ich aber gleich ein. Die Punkte, die hier für mich wirklich relevant waren, waren Android Auto, Apple CarPlay, was man hier findet, der FM-Transmitter, der Dimmer und die Einstellung. Beim Dimmer kann man die Displayhelligkeit einstellen, allerdings nur in drei Stufen. Volle Helligkeit, leicht gedimmt und aus. Das ist die einzige Möglichkeit, die man hier hat, um die Displayhelligkeit einzustellen, auch wenn das in den Einstellungen eigentlich anders aussieht. Hier gehen wir dann zu den Einstellungen. Wir können hier theoretisch auch mal kurz auf Deutsch einfach umstellen. Hier hat man dann nochmal die Möglichkeit, den FM-Transmitter einzustellen, ein Passwort festzulegen, ein paar andere Einstellungen zu machen und hier hat man dann die Displayeinstellung. Die sehen jetzt erstmal relativ großzügig aus, was die Möglichkeiten angeht. Zum Beispiel haben wir direkt als erstes Helligkeit. Man würde denken, okay, das stellt jetzt wirklich die Hintergrundbeleuchtung ein. Das ist allerdings nicht der Fall, denn man sieht, wenn ich jetzt hier auf 12G gehe, ist das Display nicht plötzlich viel heller, sondern einfach alles, was vorher schwarz war, ist jetzt grau geworden. Das heißt, ich würde eher sagen, dass das so ein bisschen den Kontrast einstellt, anstatt der Helligkeit. Und wir gehen jetzt einfach mal hier auf den Standardwert zurück. Das ist 6 bei allen und sonst kann man halt nochmal den Kontrast wieder separat einstellen, aber das ist für mich eigentlich auch nicht so wirklich der Kontrast. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Menüpunkte da so ein bisschen durcheinander gefallen sind und nicht die Einstellungsmöglichkeiten geben, die man gerne hätte. Wie zum Beispiel hier wirklich mal die Hintergrundbeleuchtung in 10 oder 12 Stufen einzustellen und hier den Kontrast. Irgendwie ist das hier oben Kontrast. Helligkeit konnte ich gar nicht einstellen, außer halt mit dem Dimmer und das war's. Hier haben wir dann nochmal eine Information zur Software- und Hardware-Version einfach und das war's dann auch schon. Wir gehen jetzt hier mal auf CarPlay und da muss ich jetzt mal schauen, ob das gerade klappt, weil mein Gerät war jetzt schon angeschlossen, bevor ich die Zündung gestartet habe und es klappt tatsächlich. CarPlay sehen wir hier. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass CarPlay, obwohl es sich hier nur, sag ich mal, um ein 7-Zoll-Display handelt, schon diesen Split-Screen-View auch ermöglicht, wo man zum Beispiel gleichzeitig Musik anzeigen kann auf der rechten Seite in der Kachel und dann die Navigation links zum Beispiel. Ich muss auch grundsätzlich sagen, dass von meinem Gefühl her CarPlay deutlich zuverlässiger funktioniert als Android Auto. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich weiß allerdings auch nicht bei Android Auto, woran es liegt. Ob es jetzt hier an dem CarPlay-System liegt, ob es an Android 12 liegt, ob es an einem OnePlus 9 Pro liegt. Da sind viele Stellen, die die Schwachstelle sein können. Hier sehen wir CarPlay und CarPlay funktioniert genauso, wie man es sich vorstellt. Man kann jetzt entweder hier in diesen Split-Screen-View reingehen oder man kann halt sagen, nee, ich möchte einfach nur die App-Übersicht hier anzeigen und dann zum Beispiel in Karten reingehen und dann sieht man die Navigationskarte. Natürlich kann man auch sagen, man geht jetzt zum Beispiel dann hier zu Google Maps. Da komme ich allerdings direkt zu einem Punkt, der mir nicht gefallen hat. Ich glaube, jetzt kann man es relativ gut sehen. Und das ist einfach das Problem, dass man die umliegenden Straßen so gut wie gar nicht erkennen kann. Denn die sind in weiß auf einem leicht grauen Hintergrund und da fehlt einfach der Kontrast bei dem Display. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Blickwinkel für ein IPS-Display ziemlich komisch sind. Denn ich gucke immer ein bisschen von oben und gefühlt wird der Kontrast dann immer schlechter. Allerdings, wenn ich von unten gucken würde, dann tauchen auf einmal die Straßen auf. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier mit der Kamera wirklich festhalten kann. Ich befürchte eher nicht. Aber der Kontrast ist so der Hauptpunkt, der mich an dem Display stört. Wobei mir jetzt auch gerade wieder auffällt, dass das bei CarPlay schlimmer ist als bei Android Auto. Also ich weiß nicht so ganz, woran das liegt. Aber das ist hier zum Beispiel bei Google Maps wirklich ärgerlich, dass man die umliegenden Straßen gerade zum Beispiel eigentlich gar nicht erkennen kann. Das ist natürlich was anderes, wenn man die Navigation startet, weil dann die Hauptroute blau wird. Aber so die umliegenden Straßen kann ich gerade beim besten Willen nicht erkennen. Sonst muss ich sagen, funktioniert CarPlay vor allem aber sehr gut. Man sieht jetzt zum Beispiel hier auch einfach Apple Music, kann da alles Mögliche auswählen und dann auch dementsprechend draufklicken, dann wird es abgespielt. Ich habe jetzt natürlich hier gerade mal keine Musik an, denn sonst wird die GEMA mir Probleme machen. Das möchte ich gerade nicht. Und sonst sage ich mal, wenn man dann wieder zurückgehen möchte, dann muss man hier auf Car Home gehen. Dann ist man aus dem System raus. Wie gesagt, CarPlay funktioniert soweit sehr gut. Man kann jetzt sonst hier noch ein bisschen was selbst festlegen. Und das ist hier der Bildschirmhintergrund, hält sich aber stark in Grenzen. Das sind irgendwie gefühlt vier, fünf Bilder und das war's. Was man jetzt noch hat, ist hier ein FM-Transmitter. Und da komme ich zum nächsten Kritikpunkt. Der liegt aber eher an meinem Auto als hier an dem Gerät. Und das Problem dabei ist einfach, dass mein Golf 7, das einer der ersten, leider keinen AUX-Eingang hat. Und das CarPlay-System kann Audio nur entweder über den AUX-Ausgang ausspielen oder über den FM-Transmitter. Und man muss einfach ganz klar dazu sagen, wenn man Bluetooth gewohnt ist, ist die Qualität vom FM-Transmitter bescheiden. Und das ist halt sehr schade, vor allem wenn man rumfährt und dann zum Beispiel eine Frequenz hat, die jetzt hier in Wuppertal nicht belegt ist, weiß ich nicht, in Köln ist sie dann aber belegt. Dann kommt alles durcheinander und auch wenn ich die Zündung ausmache und erst das CarPlay-System ausgeht, dann habe ich ein super lautes Rauschen, weil dann plötzlich auf der Frequenz nichts mehr gesendet wird. Und das ist alles nicht so geil. Und das ist für mich tatsächlich auch der Hauptgrund, warum ich das Gerät zurückschicken werde. Denn ich wollte eigentlich Spotify und so vor allem über das System steuern, dass ich zum Beispiel auch in den Playlisten wechseln kann, was halt über Bluetooth im Auto nicht möglich ist. Das geht aber nur mit einer sehr, sehr schlechten Qualität oder mit einer ziemlich schlechten Qualität über den FM-Transmitter. Und da habe ich dann im Endeffekt einfach gesagt, das lohnt sich für mich nicht. Der Qualitätsverlust gleicht dann nicht aus, dass ich dann jetzt vielleicht eine Playlist aussuchen kann. Das ist irgendwie einfach nichts, was Sinn für mich macht. Wir gehen jetzt hier nochmal zurück, schauen uns den FM-Transmitter nochmal an. Also hier kann man dann zum Beispiel einfach an der Frequenz festlegen. Und man kann dann halt auch sagen, ob der eingebaute Lautsprecher in dem System deaktiviert werden soll oder halt nicht. Der integrierte Lautsprecher ist auch ziemlich laut. Den kann man hier oben einstellen, was die Lautstärke angeht. Und da hat man schon ganz schön viel, wovon man wählen kann. Also es geht bis zu 40 und das ist dann schon wirklich laut. Das heißt, eine Lösung, die ich dann teilweise jetzt hier hatte, war, dass ich im Endeffekt einfach gesagt habe, okay, ich habe ja zwei Handys aktuell, ein OnePlus 9 Pro und ein iPhone 13 Pro. Entweder, oder ich habe eins der beiden Geräte mit dem Carporite-System verbunden, um dann Android Auto oder Carplay zu nutzen und habe dann das andere Gerät über Bluetooth hier mit meinem Auto verbunden, um Musik zu hören und hatte dann sozusagen die Navigationsansagen über den eingebauten Lautsprecher in dem Carporite-System. Geht ist aber auch keine wirklich schöne Lösung. So, was gibt es noch für Punkte? Wir haben hier eine Halterung bei. Die müsste man jetzt hier eigentlich ganz gut sehen können. Das ist so ein Arm. Es sind auch verschiedene Halterungen damit bei. Und hier in meinem Golf 7 funktioniert das eigentlich ganz gut. Das hatte auch jemand in den Kommentaren angesprochen von dem Unboxing. Ja, das ist ein ganz schön großes Teil. Wenn man es an die Scheibe macht, verdeckt es irgendwie gefühlt das halbe Sichtfeld. Stimme ich voll und ganz zu. Das ist allerdings jetzt hier, sag ich mal, meine Fahrerposition. Das heißt, in meinem Fall verdeckt es nicht viel von dem Sichtfeld, einfach weil hier eh das Armaturenbrett so verläuft. Das heißt, eigentlich nur die obere Kante, sag ich mal, die ein bisschen was verdeckt, finde ich vollkommen im Rahmen. Und auch die Größe finde ich gut. Man muss allerdings sagen, dass dieses Gerät an sich ziemlich groß und schwer ist. Das heißt, ich hatte es vorher weiter nach vorne montiert, dass es sozusagen hier geschwebt hat. Und das konnte dieser Arm einfach nicht halten. Der ist dann nach unten gekippt. Dann ist das ganze Gerät hier runter. Und das ist natürlich nicht so wirklich toll. Das heißt, man muss es in meinem Fall zumindest hier irgendwie auflegen. Es ist nur aufgelegt. Es ist jetzt hier vorne auch nicht festgeklebt. Das funktioniert ganz gut. Es wackelt auch während der Fahrt nicht. Das heißt, das ist eine ganz gute Lösung. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass man halt schauen muss, wo man es montiert, weil das Gerät ziemlich schwer ist und halt ziemlich kopflastig. So, und jetzt ist mein OnePlus 9 Pro mit Android Auto verbunden. Und was ich sagen muss, positiv ist auf jeden Fall, dass das Gerät sehr schnell hochfährt. Also das Carp-Ride-System, nachdem man die Zündung gedreht hat. Das geht wirklich schnell. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und auch Android Auto oder Apple CarPlay starten automatisch, wenn die Kabel verbunden sind. Das heißt, da muss man nicht nochmal separat was auswählen. Hier sieht man auch, dass jetzt zum Beispiel der Kontrast bei Android Auto ein bisschen besser ist. Also hier kann ich die Straßen zum Beispiel erkennen. Also ist sehr komisch, warum das jetzt bei Apple CarPlay nicht der Fall ist, bei Android Auto aber schon. Trotzdem muss ich sagen, wie gesagt, ich finde die Kontrastdarstellung bei dem Display ist relativ schlecht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Display falsch herum eingebaut wurde. Denn eigentlich müsste, sag ich mal, der Kontrast besser werden, wenn man von oben guckt und nicht von unten. Hier sehen wir dann einfach das Android Auto Interface. Ist jetzt nichts spektakuläres. Ich hatte jetzt auch hier schon mal ein paar Darstellungsfehler, dass auf einmal die Kacheln riesig waren und nicht richtig dargestellt wurden. Aber grundsätzlich funktioniert das alles. Was ich jetzt aber sagen muss, ist einfach, dass Android Auto grundsätzlich für mich hier deutlich unzuverlässiger war als zum Beispiel Apple CarPlay. Was mit der Darstellung zum Beispiel auch hilft, ist Waze zu nutzen, weil da die Darstellung einfach deutlich kontrastreicher ist als bei Google Maps. Und Waze auch sonst einfach eine super Navigations-App ist. Aber wie gesagt, mehr Kontrast wäre schön gewesen. Was waren jetzt meine Probleme mit Android Auto? Einerseits, dass wenn ich losgefahren bin, meine GPS-Navigation immer noch zu Hause angezeigt wurde. Also irgendwie wurde das GPS-Signal nicht aktualisiert. Wie gesagt, da weiß ich wieder nicht, woran es liegt. Dann die Darstellungsprobleme. Und mit meinem OnePlus funktioniert es auch nicht, dass ich das Gerät erst verbinde und dann die Zündung starte. Ich muss erst das CarPlay-System mit der Zündung starten und kann dann das OnePlus verbinden. Sonst funktioniert das nicht. Das waren so ein bisschen die Einschränkungen. Aber sonst funktioniert da Android Auto in den meisten Fällen auch so, wie man es erwarten würde. Man hat natürlich auch mittlerweile eine ziemlich große App-Auswahl, was sehr cool ist. So, Split-Screen-Ansicht hat man hier jetzt leider nicht. Aber so, sag ich mal, für die Grundfunktion klappt das auch mit Android Auto ganz gut. Und wie gesagt, vielleicht mit einem anderen Handy hat man die Probleme, die ich jetzt hatte, gar nicht. So, und das soll jetzt auch mein Video hier zum CarPlay-System beenden. Ich muss sagen, es gibt eine Version von diesem System mit Android Auto und Apple CarPlay Support als Wireless-Version. Allerdings bisher nur auf der CarPlay-Webseite. Die verlinke ich auch mal unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dass diese Version auch zu Amazon kommt. Denn das würde schon, sag ich mal, mein Kabelproblem hier lösen. Und natürlich auch einfach es einfacher machen, dass ich einfach ins Auto einsteigen kann, CarPlay starten kann, ohne irgendein Kabel zu verbinden, was vor allem auf Kurzstrecken viel praktischer wäre. Sonst, muss ich sagen, ich hoffe, es gibt bald eine Version, die zwei Bluetooth-Module drin hat. Einen als Empfänger für das Smartphone und dann nochmal einen als Sender, womit man dann das CarPlay-System mit dem Auto verbinden kann. Damit man da einfach eine deutlich bessere Tonqualität hat. Denn wie gesagt, wenn man Bluetooth gewohnt ist, dann auf einen FM-Transmitter zurückzugehen, ist halt wirklich ärgerlich und schlecht und macht keinen Spaß. Wie gesagt, wenn man einen AUX-Eingang hat, ist das was anderes. Habe ich leider nicht und ist hier in dem Auto leider auch sehr schwer nachzurüsten. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen mit der Kaufentscheidung. Wenn das der Fall wäre, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr entweder einen Kommentar hinterlasst, Daumen hoch gebt für das Video oder vielleicht sogar den Kanal abonniert. Würde mich sehr darüber freuen. Und für jegliche Fragen stelle ich natürlich wie immer gerne unten in der Beschreibung, nein, unten in den Kommentaren bereit. Also bis dann, auf Wiedersehen. Bis dann, auf Wiedersehen.